Und da sind wir dann auch schon wieder, Level 13, es wird nicht besser, sondern nur schwerer. So. Wenn ich doch wüsste, wo das Essen liegt, dann könnte ich das Essen mir holen. Ja, willst du da vielleicht essen? Nein. Oh nein, 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 du schmackoar. Komm, töte mich, töte mich ruhig. Dann geht's dir besser, wenn du mich töten tust. Dann geht's dir besser. Dann geht's dir besser. Dann geht's dir besser. aber schön gedeespawnt. So macht man das hier anscheinend. Wenn man keine andere Lösung findet. Super. Na, das lerne ich noch mal zum Springen. Essen! Da, das ist einfach weggegangen. Da sind Särge mit Kreuzen. Aber ist niemand drin. Glaube ich. Da sind wir. Da sind wir. Da sind wir. Was ist das? Der hält viel aus, der Gegner. Verdammt viel hält er aus. Kein Essen für mich. Aber raus hier. Das heißt, ich darf wieder speichern. Tada! Das war ideal. Damit hast du nicht gerechnet. Ein bisschen Essen kann er auch nicht schaden. Wow! Verdammt, echt? Verdammt. Na komm. Na komm, na komm, na komm. Da sind wir wieder. Ey, hallo. Da, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. Das macht mich nicht glücklich hier. Die Stelle ist verdammt. So. Okay. Probieren wir das einmal. Oh. 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 Immer wieder ein Spaß, der Tod. Nein. Hallo? Ach ja, das ist der Tod. Der Tod ist ein bisschen... Hm, vielleicht habe ich zu wenig Energie für den Tod. . Oh, okay, na, das kann doch nicht so schlimm sein, eigentlich. Wow. Halb. Halb hatte ich ihn. Halb. 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 Keine Chance hier. Ich schaff das noch heute. Keine Chance hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist doch ein Spaß hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach ja! Das kann doch nicht so schlimm sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, verdammt! Dump the toilet! So, jetzt geht's aufs Ende. Erstmal Schluss hier. Ich hoffe, das war nicht zu schrecklich gerade mit dem dauernden Neuladen. Aber ich will das irgendwann fertig bekommen.